Was geht ab Leute, heute ist soweit, wir spielen heute Smash Legends, das bedeutet, dass wir erstmal einen Hammer haben, Freunde, und den Hammer so heftig schwingen und alle Sachen kaputt machen, dass wir verschiedene Welten freischalten und auch viel, viel mehr, Freunde, deswegen lasst euch gerne ein Like und ein Abo da, dreht einmal ganz zu euer Handy, drückt nur auf die Glocke, ihr werdet auf jeden Fall gar kein Video mehr verpassen, ihr könnt nämlich täglich Roblox folgen, extra für dich, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, oh mein Gott, wie hoch wir fliegen, Alter, wir können ja gefühlt unendlich hoch springen, aber Kaspar, heute spielen wir Hammer-Schwingen, guck mal hier, ich bin schneller im Schlaben, das Ding ist, heute ist es Smash Legends, das bedeutet Kaspar, wir können hier wieder ganz viele Haustiere holen, in verschiedene Welten reisen, ach so, was Ding ist das, und auch Pestige. Ey, also das hört sich ziemlich gut an, ne? Oh, oh gut, das kostet aber 100.000 Münzen. Wie viele Münzen hast du gerade? Kaspar, die können die tätige Belohnung beanspruchen. Ja, komm. 50.000 Hammer-Münzen. Uiuiuiuiui. Oh, und guck mal, hier, warte mal, hier können wir verkaufen, guck mal, hier können wir alles verkaufen. Ach, die Schläge, ne? Genau, jetzt habe ich 300 Geld dafür bekommen, und jetzt kann man hier noch stärker werden, das heißt, man kann hier einen verstärkten Hammer kaufen. Oha. Hier, verstärkter Hammer, 900. Oha. Bro, ich kann hier schon einen übelkrasse Hammer kaufen, ich kaufe mir einen richtig teuer. Oha. Oh, mir fehlt 3.000, aber ich habe auch erst schon einen richtig häpfiger Hammer, muss ich gerade ehrlicherweise sagen. Yeah. Oh yeah. Ich frage mir auch gerade, oh, wollen wir mitmachen bei dem Event? Hey, ich kriege hier Damage. Drück auf Ja, drück auf Ja. Bei welchem Event? Schnell, oben. Oh. Ich habe, ich habe nichts. Verdammt. Ach, es geht automatisch, oder was? Ja, ich bin in so einem, äh, nee, nee, du musst es oben drauf drücken, und jetzt, oh Gott. Hier sind überall Bomben und so, komm, muss man die kaputt hauen? Oha, Kasper, ich kriege hier richtig, oh mein Gott, ich kriege hier richtig viele. Kasper, ich kriege hier gerade richtig viel. Nein. Ich kriege hier sogar Kombos und so. Oh mein Gott. Ha, ha. Nee. Mano, was soll denn das? Bats, 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 bats. Okay, ich muss die Kombi immer beibehalten, dann kriege ich nämlich immer mehr, ähm, Stärke und so. Buts, buts, buts. Ich kaufe mir jetzt hier erstmal den nächsten Hammer. Bam, bam. Du hast schon den nächsten Hammer? Oh, verdammt. Verdammt. Okay. Oh, ich sag's dir, du musst gleich bei dem nächsten Event auch dabei sein, man kann dir die ganze so, so Kügel weghauen. Ich glaub auch, du kannst, äh, du kannst also Eier kaufen und dann kriegst du sozusagen, die geben dir dann nochmal so Boost, die Tiere. Ja, wollen wir das gleich noch machen? Wollen wir das gleich noch machen? Wollen wir das gleich mal ein Haustier kaufen? Lass gleich mal machen. Lass gleich mal machen. Warte mal, was seh ich hier? Warte mal, was seh ich hier? Die wände sind 10 Sekunden vorbei. Loll! Was? Wir sind so lost, oh mein Gott. Wieso? Du kannst hier einfach noch Bäume ernten und so. Was? Loll! Okay, wo, wo, wo? Das geht richtig gut. Wo, Kasper, wo? Runter einfach, wo du denkst, du musst von der Insel runter, musst du einfach runter. Loll! Also ich komm wieder hoch, siehst du mich? Oh, ich seh das gerade. Okay, warte, ich seh das, hier, hallo. Ja, hier, hier, komm, okay, komm her, wir müssen da unten die Bäume fällen hier. Okay, Alter, ich krieg grad voll viel. Das sind wirklich Punkte, guck mal hier. Oh! Was? Du kannst Bäume zerhauen? Ja, du nicht doch. Doch, ich auch. Aber man geht dafür mir was, ne? Boah, ich hab jetzt schon richtig viel Staden gemacht, ne? Oha, Alter. Ich werd schon richtig stark hier. Ich hab auch schon 5000 Schaden grad. Ich kann nicht mehr schlagen. Alter, ich hab ne Quest abgeschlossen. Loll, ich kann irgendwie nicht mehr schlagen mit meinem Hammer. Ey, ich krieg voll viel Geld gerade, ich hab 100.000 Dollar. Wie viel? 100.000. Was? Ja, ich kann das, glaub ich, prestisen. Okay, ich bin jetzt wieder nach Hause jetzt hier. Okay, lass mal, lass mal, genau, lass mal nach Hause. Und ich glaub, ich kann jetzt hier mir, glaub ich, da vorne Prestige holen oder sowas. Guck mal. Permanente Boost kriegt man dann da anscheinend. So, Prestige. Oh, wo hast du das? Ach, da hinten. Okay, okay. Ich drück, pass auf. Ich drück jetzt Prestige. Und dann wird, ähm, okay, Stärke, Münzen, Goldtimmer, okay, Prestige. Ich kann das auch nicht. Okay, ich hab jetzt, ich bin jetzt quasi, ich hab jetzt Prestige gedrückt, Kasper. Und jetzt krieg ich, also jetzt bin ich quasi wieder auf Null. Auf, ja. Aber jetzt, jetzt hab ich, glaub ich, bessere Möglichkeiten, um an Hammer und so zu kommen. Wie viel, wie viel Schläge machst du mit einem, mit einmal boxen? Auch wieder eins nur? Auch wieder grad eins, ja. Ah ja, okay, okay. Aber ich glaube, ich hab bei mir so'n, so'n Timer noch 60 Sekunden, muss ich warten, damit ich wieder schlagen kann. Wie jetzt? Ich hab hier so'ne Sperre bekommen oder sowas anscheinend. Was? Okay. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Also, warte mal, ich muss, ah genau, ich muss jetzt wieder verkaufen. Oh, da kommt mir noch einiges an Hammer. Wenn ich jetzt verkaufe, okay, krieg ich nur 500 jetzt schon. Das heißt, man kriegt jetzt beim Verkaufen immer ein bisschen mehr. Und wir müssen das so machen, guck mal hier, kann man so'n Ei kaufen, ne? Ne, kann ich noch nicht kaufen. Ich glaube, ich geb mir eine kleine Finanzspritze. Was? Ich glaub, ich geb mir ne kleine Finanzspritze. Okay, okay. Nur, dass ich auch Prestige bekomme, so wie du, okay? Ja, okay, okay. Okay, dann mach das. Nein, mein ganzes Geld, was ich gekauft hab, ist weg. Oh, was? Weil ich von 100.000 das... Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Okay. Mein ganzes Geld, was ich hab'n gekauft. Also, ich kann mir schon wieder neuerkamer gekauft. Und das Ding ist, wir können jetzt... Oh, lass mitmachen, siehst du das? Ja, okay, okay, ich sehe, ich sehe. Ja, drück auf, ich hab's. Und bei diesem Speed Smash Event, da können wir anscheinend auch goldene Hammer gewinnen, ja? Das ist halt voll krass. Okay, das ist... Weil ich glaub, die bekriegt dich der Mensch, ne? Okay, wie geht's jetzt? Jetzt musst du die ganze Zeit diese Teile kaputt hauen. Diese Kügelchen. Batz und batz, batz, batz. Ich kann gar nicht schlagen bei mir mit meinem. Musst du immer hin und her machen. Das geht nicht. Wie, du kannst... Ich kann nicht schlagen. Wie, du kannst nicht schlagen. Ja, ich hab... Ja, weil ich diese Sperre noch hab, jetzt immer noch 50 Sekunden. Was soll denn das, sag mal? Hä, nee, der steht auch bei mir oben 50 Sekunden. Hä, aber was ist denn das? Wieso kann ich denn nicht mehr schlagen jetzt hier? Hast du irgendwas gemacht oder so? Nichts. Ehe, 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 ehe. Was hat das Prestige gebracht? Haben wir irgendwo einen Boost bekommen oder so? Ich glaub, wir haben einen Boost bekommen. Das hat mich abgezockt, das Prestige. Mehr hat das nicht gebracht. Wie viele Roblox hast du denn ausgegeben? Ja, 40. Oha. Ich glaub, wenn man die meisten hier kaputt gehauen hat, dann kriegt er gleich so einen goldenen Hammer. Das endet nämlich gleich in 5 Sekunden. Ja, ja. Als wenn du da jetzt gleich den goldenen Hammer schon direkt bekommst. Äh, ich hab mehr goldenen Hammer bekommen. Nee, du hast mehr goldenen Hammer bekommen. Wie viele, oder was? Ich dachte gerade, oh, ich hab nur eine Quest abgeschlossen. Ich hab gerade 16.000. Ich kann schon wieder nicht schlagen, also jetzt. Ich hab gerade 16.000 bekommen. Was? Juhu. Es geht wieder, es geht wieder. Okay, okay. Okay, pass auf, Kaspar. Wir können das jetzt so machen. Wir können das nämlich gleich wieder nach unten gehen und können dann wieder, äh, ich mach erstmal alle kaufen so, hier. Das heißt, den kann ich mir noch nicht leisten. Wie alle kaufen? Hast du genug Geld, um alle zu kaufen? Nein, ich kann ja aber alle auf einmal kaufen. Immer mit der Ruhe. Guck mal, wir können ja, glaube ich, auch in andere Welten gehen. Guck mal, wir können nämlich, äh, wenn der gelber Balken voll ist, drücke Q und war mächtigen Smash-Angriff. Oh, lol. Verdammt. Mist, ich hab gerade mächtigen Smash-Angriff verschwendet. Hier können wir uns so, ja, weiß ich. Hier können wir uns für 1.000 goldene Hammer was kaufen. Oha, ich hab 1.000 goldene Hammer. Ich hab's. Ich hab's gekauft. Und was kann ich jetzt damit machen? Ich hab so ein Hü- Warte mal, ich kann mir hier aber so ein Eikau für 5.000. Hier, ich hab'n Waschbären. Ich kauf mir, pass auf, ich kauf mir jetzt ganz kurz 2 Vulkan-Eier. So, Luke. Mach mal, ja, mach mal. Oh, ich hab' 33.000 gerade bekommen. Also, ich hab' jetzt grad so'n Hund bekommen oder so was. Und jetzt kann ich mir noch einen holen. Und jetzt hab' ich ein Panda bekommen. Und jetzt hab' ich 2 Haustiere. Uiuiuiuiui. Ausrüsten und Mops. Aha, ich hab'n Panda und Mops. Hey, guck dir, ich hab'n Waschbären. Hä, wie cool ist das denn? Guck mal, hier können wir jetzt sogar noch für 20.000 goldene Hammer und so. Boah, das ist für 100.000 goldene Hammer, oh mein Gott. Oha, ich hab' jetzt auch noch einen kleinen Hasen gerade bekommen. Der ist auch voll gut. Und jetzt, guck mal, glaube ich, jedes Mal... Oh, pass auf, wir können das jetzt so machen, Kasper. Wir können jetzt gleich wieder... Ja. Lass mal runtergehen hier. Ja. Und hier kann man jetzt nämlich die Bäume, wenn wir jetzt die Bäume und so kaputtauen. Ja. Die bringen uns natürlich richtig, richtig viel Muskeln und so was, ne? Uiuiuiuiuiui, die bringen uns einiges. Und wenn unten gleich diese gelbe Anzeige hoch ist, hast du so'n Supersmash, wenn du Kuh drückst. Wow, ich hab's gerade gesehen. Das voll heftig. Oh mein Gott, das ist echt krass. Aber meiner... Ey, Digga, meiner macht so einfach nur ein... Warte mal, Kasper, wir können jetzt auch in verschiedene Inseln gehen. Wir müssen nämlich einmal Atlantis freischalten. Ich muss dir gerade noch was Speed-Event hier machen. Wow, dieser Hammer, der ist hier übelstark, wenn du das machst hier bei denen. Ja, ja, der ist voll heftig, ne? Sag mal scheinbar mit 10.000 Dollars, weil dann können wir uns die Oasis freischalten. Ich hab genug... Ich hab 10.000 Dollar. Ich hab jetzt gerade, äh, 44.000. Oh mein Gott, der nächste. Prestige kostet 6,4 Millionen Münzen. Was? Ja. Als wenn das irgendeiner sich kaufen kann. Keine Ahnung, wer sich das kaufen soll. Hier, hier. Ich brauch auf jeden Fall eigentlich einen besseren Hammer, aber egal. So, hier nochmal mitnehmen. Ich hab jetzt 80.000, ne? Ich werd jetzt mal ganz kurz den ammerkaufen. Denn den kann man ammerkaufen. Oh, okay, dann bin ich wieder. So. Ich hab 95.000. Cool. Okay, nicht alles ausgeben. Kauft ihr auf jeden Fall mal ganz kurz hier. Oasis. So, die können wir jetzt freischalten. Entsperren für 10.000 Münzen. Und dann kann man quasi... Oh mein Gott. Hä? Hier kann man Kaktelen kaputt haben und die bringen voll viel. Oh mein Gott. Oha. Zeig mal. Hier ist ja alles voll. Ach, das ist hier die nächste Welt, ne? Barz, Felsbrocken. Und jetzt der Super Smash Da bist du Und hier die Pyramide Guck mal Ich kann schon wieder nichts hauen Ich kann hier alles Und die Pyramide wieder Ich kann nicht mehr hauen Ich bin auch jetzt wieder da Sehr gut Ey warte mal Wir können hier Wir können in den Wald Wald ist glaube ich wieder zurück Oder? War bald zurück? Ich kann gerne wieder zur Oase kommen Wenn du willst Alter man kriegt ja so viel Bei der Pyramide oder was hier? Ich habe gerade 42.000 Dingens Was? Hammer? Muskeln Ach krass Das ist richtig viel Oh Gott der Hammer ist auf jeden Fall 10 mal so stark Ich bin gerade voll stark Kasper Ich habe gerade 500.000 bekommen Wie? 5.000? Ich habe einfach 500.000 bekommen Wie? Wie cool Was? Wie cool Ich will auch von 4.000 haben Hab ich einfach gerade bekommen 635.000 habe ich jetzt Lol Okay pass auf Warte mal Und 21.000 Gold Na mal lol Was? Du kannst dir ein heftiges Ei kaufen Hast du irgendeine Quest erfüllt oder so? Was hast du gemacht? Ich habe einfach eine Quest erfüllt glaube ich Ja auf jeden Fall Warte mal hier oben sind voll viele heftige Pyramiden Ja Hast du gerade irgendwas verkauft oder sowas? Ne ich habe hier einfach Ich habe ein paar Pyramiden kaputt gemacht Und dann kam das auf einmal Schon direkt Okay 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 ich gehe wieder nach Hause Wir treffen uns zu Hause Ich will mir jetzt ein richtig teures Ei kaufen Boots Okay bis gleich Oha Bis gleich bis gleich Hier Bats Bats Und zack Und zack Und Speed Event Oh jetzt Alter Jetzt wird das glaube ich richtig abgehen Jetzt wird richtig rasiert Junge Ey jetzt kriegen wir glaube ich Richtig viele goldene Hammer So hier Komm ich boxe noch ein bisschen weiter durch Oh ich habe gerade 150.000 Muskeln Okay okay der Hammer ist gut Okay ich bin bereit Ich bin bereit Oh ich habe schon einen Der leuchtet schon rot Den hast du auch Okay Und Bats 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 Und ich glaube je mehr wir da durchbekommen Desto mehr goldene Hammer kriegen wir jetzt Oh mein Gott das gibt so viel Ey weg Ey Oh Das gibt so viel ne Oha man Okay okay sehr schön Hier wieder Zack Zack Alles weg smashen Ich brauche Alles weg smashen Boots Alter Schwede Mann Da wollte ich gerade Ey Hahaha Sehr gut Aber ey pass auf Ich kaufe mir gleich von meinen goldenen Hammer Noch mal ein paar häustiere Okay 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 mach das Mach das Ich will auch Also ich habe gerade Leider Leider habe ich gerade nur 600 goldene Hammer Aber Echt ich habe 21.000 21.000 Ich weiß auch nicht wieso Ich habe so viel auf einmal bekommen Das ist voll viel Ich weiß auch nicht wieso Ey Oh da vorne Da vorne werde ich den dicken Smash reinhauen Leute So Schnell kaputt machen wir vor Nein Oh Mann Alle gold Sehr sehr gut Oh Mann Oh okay Und schnell wieder aufleveln Es endet eh jetzt Ich gehe würde sagen Wieder nach Hause Oh ich habe auch Ich habe gerade 10.000 Hammer bekommen Jetzt verkaufe ich gerade kurz mal Was Ich habe 2,2 Millionen Was Oh Sven Okay komm her komm her Ich hole jetzt ein paar selten Eier hier Okay warte Ich kaufe mir gerade ein paar Hammer Oha 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 Komm mal ich kaufe hier Eier Ja ich gucke ich gucke Wo bist du Ich habe mir gerade 4 Stück geholt Okay Ich habe auch 5.000 bekommen Ich habe einen übelseltenen bekommen Ein dunkler Orca Einzigartig steht hier Was Einen dunklen Orca Wie Da gibt es 2,x 2,2x Ich habe hier noch Guck mal was ich noch alles bekommen habe Ach verdammt Ich muss mich Ich muss mich entscheiden Guck mal ich habe hier so einen fetten Orca jetzt hinter mir Ey Das ist voll cool Okay pass auf Ich habe einen Panda Bär der das voll erzählt Alles mal 2,5 Sehr schön Ja auch 2,1 Millionen Komm mal mit Ja Warte ich muss mir noch ganz kurz einen neuen Warte mal Ich kaufe jetzt Lass mal hier einen Antarktis Lass mal einen Hammer kaufen schnell Lass mal einen Antarktis In die Arktis Das kostet 750.000 Münzen Ja das habe ich Oh ich habe ich auch Ich bin jetzt hier drin Alles voll weiß Au Wo bist du Wo ist denn die Antarktis Ach da Hier direkt neben Oasis Ja ja ok Hier sind so Schneemänner und so Mal gucken wie wir bringen die Ja ja Oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe gerade 20.000 Hammer bekommen Wieso Oh mein Gott Als wenn du auch Alter ich kriege ja so viel Ich sage dir das war das was ich auch eben bekommen habe Was Ich habe nochmal 10.000 Hammer bekommen Was Als wenn du nicht so viele Hammer bekommst Oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe 1,7 Millionen bekommen Und nochmal 20.000 Hammer Hammer Und ich kann nicht mehr klicken Ja toll Ich habe jetzt einfach gerade 50.000 Hammer Und 2 Millionen Ich werde jetzt auch nochmal ganz kurz hier Meine Dings verkaufen Kaspar Sehr schön Meine Stärke Weil ich glaube jetzt habe ich da richtig viel Geld Ich habe jetzt einfach Was ist? 16,6 Millionen Was? Was? Was als wenn? Oh mein Gott Hier kostet Ein Ei kostet hier Oh mein Gott Ich war die ganze Zeit gar nicht in der Arktis Oh Smash Event wieder Oh Oh Verdammt Würde ich sagen gehen wir rein oder was? Okay hier wieder Jetzt bin ich erst in der Arktis Oh Mann Okay ich habe mal wieder ein paar neue Austiere gekauft Leider Ja sehr schön Nicht besorgen Wo ja okay hier Was ist wie viel Münzen habe ich jetzt? 2,4 Millionen Sehr schön Würde ich sagen gönne ich mir hier nochmal einen Hammer Ja Stachel Was hast du schon für einen Hammer? Hast du schon einen Flammhammer? Ne Ich gucke mal was Pass auf Ich gucke mal was ich mir jetzt kaufen kann Ich kann mir doch Ich habe so einen Flammhammer Der sieht so wild aus Warte mal Stachel Oh Gott Oh Gott Ich gehe jetzt auch hier in die Antarktis Ich glaube da gibt es gut Geld Oh mein Gott Ich kann mir so viele gerade kaufen Oh mein Gott Ich kann mir gerade so Ja konnte ich mir auch eben richtig 4,3 Millionen Sturmhammer habe ich Was? Er bringt 4.000 pro Schlag Weil ich nicht mal irgendwas hole 10.000? So warte mal Vulkan Wie viel kostet Vulkan? 50 Millionen kostet Vulkan Okay Da müssen wir uns wohl doch ein bisschen mehr In der Antarktis aufhalten Kaspar Ja ja Antarktis ist es einfach Oh jetzt kann ich auch nicht mehr klicken Was soll denn das? Ja Mehr Zeit für mich Nein Wie gesagt Das gehen hier Bats Und Bats 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Ich kriege so viel Ich kriege so viel Das Ich bring das jetzt nochmal zur Bank Broxo Ich kriege so viel Kaspar Das kann ich dir vorstellen Ich habe jetzt schon 3,2 Millionen Stärke Oh Gott Als wenn Ja man Ich werde das hier richtig absahnen Bats hier Kurz den Baum Oh mein Gott Okay okay Raus hier erstmal Zack zack Den Schneemann weghauen So Hier ein bisschen Iglo Bisschen Iglo gegenhauen Ich habe so viel Das kann ich dir vorstellen Und nochmal ganz kurz Weg smaschen Boots Alter Schwede Das ist Ich habe eine neue Quest Wieder abgeschlossen Ich habe jetzt wieder 10.000 Und oh mein Gott Ich habe jetzt wieder 35.000 Hammer Was? Ja Okay ich habe 40.000 Oh ich habe jetzt 45.000 Hammer Wie toll ist der Vulkan? Wie toll ist das? Boah 50 Millionen 50 Millionen Oh Gott Das kannst du dir am Leben nicht holen Dann würde ich sagen Hol ich mir nochmal ein paar Ach man muss 10 Eier bekommen Aha Für 20.000 ein goldenes Ei Smash mich hat 5.000 Und ich habe was episches gezogen Wie jetzt? Holy Moly Zwei epische Sachen Die einzigartig sind Was? Oh mein Gott Da hast du eine richtig selten Ah ne okay So selten sind die auch nicht Aber Schon mal ziemlich selten Ich dachte die sind voll öftig Das drittseltenste Bats Die sind auch selten Die sind auch selten So hier erstmal ausfüllen Oh mein Gott Ey ich kriege Alter ich bin gleich so reich Kasper Ich bin gleich so reich Das kannst du dir nicht vorstellen Wie reich ich jetzt Gleich bin Ey das ist ja unnormal So ich mach jetzt nochmal ganz kurz hier die Ecke Und zwar genau Hier den haben wir in Bats Oha der war richtig gut Pass auf Ich verkaufe jetzt Ich hab jetzt einfach 250 Millionen Was? Das ist wenn du 200 Millionen hast Ja Ich kann mir jetzt nochmal ganz kurz hier Diese zwei Eier kaufen Ich brauchte mal das teuerste goldene Ei Ich hab Oh mein Gott Ich hab zwei rote Sachen hintereinander bekommen Ja ich auch eben Ich auch eben bei dem Ich auch eben bei dem Jetzt kann ich den Eisbär Warte mal Ich muss den hier Jetzt kann ich den Eisbär ausrüsten Alter Wo ist denn das? Alter Ja du kannst du musst Du musst welche wegwerfen dafür Welche andere Du kannst aber nur fünf Stück Equipfen Weißt du? Okay warte mal Ich muss das Küken löschen Ich lösche das Küken Weg mir den Küken mal Aber jetzt hab ich immer noch kein Das ist legendäre Das ist einfach weg Hä? Wie ist das weg? Das kann doch nicht einfach weg sein Sag mal Das ist weg Egal Oh ich krieg hier grad so Münzen 6 Millionen 6,2 Millionen 6,4 Millionen Auch schon mal den Vulkan Weiter freigestaltet Aber ich sag's dir Kaspar Wir machen das so Wenn ihr davon noch Einen zweiten Part Sehen wollt Dann müsst ihr Auf jeden Fall gern Einmal den Like-Button Und den Abo-Button Was hättest du davon? Das hört sich sehr sehr gut an Dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge Auf jeden Fall Kaspar